. Seltener Fotomoment, Kerstin Ott postet Selfie mit Ehefrau. Strahlende Eheleute! Kerstin Ott, 36, und ihre Gattin Carolina genießen ihr gemeinsames Liebesglück normalerweise eher im Privaten – so feierten sie beispielsweise ihre Hochzeit im vergangenen Jahr nur im kleinen Kreis. . Können sich Abonnenten nun auf weitere Pärchenbilder der beiden freuen? Immerhin veröffentlichte die Capriakerin kürzlich schon einmal ein süßes Zweierpick – die ersten auf ihrem Sozial-Media-Kanal. Dass die Musikerin lesbisch ist, daraus machte sie schon zu Beginn ihrer Karriere kein Geheimnis. . Warum sie sich dennoch nicht allzu häufig mit ihrer heutigen Tourmanagerin und Partnerin zeigt, erklärte die Schleswig-Holsteinerin im Schlagerplanet-Interview, unsere Familie soll halt nicht so trasformatmäßig in den Fokus gerückt werden. . Das Eigentliche, um das es geht, soll die Musik bleiben. Und die kleine Familie um besteht nicht nur aus ihr und der Blondine, Carolina brachte zwei Kinder aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe. . Dass nun alle vier unzertrennlich sind, zeigte sich schon kurz nach der Heirat, Carolina und die Kinder haben meinen Nachnamen angenommen, verkündete Diane im August stolz. . 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